Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Runescape. Wir haben uns Bretter gemacht für das Haus. Jetzt müssen wir noch zum Architekt im Museum, um dort den Stein zu zeigen, den wir hier gefunden haben. Ein seltsamer Felsen. Der sollte irgendwo hier sein. Sprechen wir mal Marios Geste an. Hallo, willkommen im Museum von Warok. Sehen Sie sich ruhig um? Ich habe beim Trainieren ein Stück Felsen gefunden. Ein Stück Felsen? Lassen Sie mal sehen. Auch wenn ich bezweifle, dass ich Ihnen da weiterhelfen kann. Vielleicht sollten Sie lieber einen Geologen zu Rat. Du meine Güte. Was? Garden Astro sehe ich richtig. Kann das sein? Ja, schau dir diese Kerbe an und die Linien dort. Was habe ich denn da gefunden? Mein geschätzter Kollege und ich sind uns einig, dass sie einen Teil von Marmarok, den Magier entdeckt haben. Er lebte zu der Zeit, als die Magie noch in den Kinderschuhen steckten. Bisher dachten wir, das wäre alles nur eine Sage, aber manchmal sind Sagen wohl wahr. Welche Sagen meinen Sie denn? Die ganze Geschichte konnten wir noch nicht rekonstruieren, aber anscheinend gab es im zweiten Zeitalter einen mächtigen Magier. Er war in einer grossen Schlacht verwickelt. Damals kämpften die Völker von Runescape um die Vorherrschaft über die wenigen Runen, die ihnen zur Verfügung standen. Runen, sie meinen die magischen Steine, die ich zum Zaubern benutze, die gibt es doch in rauen Mengen. Jetzt ja, aber damals gab es nur eine begrenzte Menge davon. Darauf lassen die wenigsten Informationen, die wir haben, zumindest schließen. Interessant, was wurde er als Damarok? Soweit wir wissen, wurde er zu Stein verwandelt und verflucht. Angeblich musste er die Ewigkeit nun mit dem Ding verbringen, das er am meisten geliebt hat. Das hört sich doch nicht so schlimm an. War er verheiratet? Da sind wir uns nicht sicher. Wir wissen aber, dass er neues Wissen und Fertigkeiten geliebt hat. Vor dem Kämpfen hielt er nicht viel. Das war auch sein Untergang. Ich will ihn wieder zusammenbauen. Was ist, wenn ich keine Felsen mehr bekommen will? Ich will ihn wieder zusammenbauen. Ich will ihn wieder zusammenbauen. Kann ich den Sockel da drüben verwenden? Nun ja, eigentlich ist der für die Satratomin-Statue bestimmt. Ach bitte, was soll da denn gross passieren? Hier liegen viele Felsstücken herum. Na gut, aber sie müssen darauf achten, dass sie zu jedem Felsen ein Gegenstück finden. Die greifen nämlich ineinander. Woher bekomme ich so ein Gegenstück? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vermutlich auf die gleiche Weise wie das erste Stück. Warum bräuchte ich überhaupt einen Zwilling? Weil diese Dinge zusammenhalten und die ganze Statue ergeben, ohne dass man sie mit einem Klebstoff verbinden muss. Falls Sie eine Tasche für Ihre Fundstücke brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich habe eine für Sie. Ja bitte. Ja bitte. Marios Geste gibt dir eine stabile Tasche. So. Tschüss. Dann komponieren wir die mal kurz. Nicht ansehen. Untersuchen benutzen mit Tasche. Dann öffnen wir mal die Tasche. Und hier haben wir zum Beispiel immer zwei Stücke. Also zwei Stücke für einen Skill. Dann müssen wir die Skills machen, damit wir die finden. Und ja, wenn wir alle haben, also wenn wir zwei haben, können wir eigentlich die schon hier auf den Sockel tun. So, dieses Museum schauen wir ein anderes Mal an. Wir wollen ja jetzt zur Hütte. Und dazu teleportieren wir uns mal nach Taverley. Dort ist unser erstes Portal mit unserem kleinen Haus. Und dieses Haus kann man dann immer wieder aufstufen. Brauchen aber sehr viel Geld dafür. So. Und hier ist schon das Haus Portal. Jetzt gehen wir hier rein. Betreten. Zu deinem Haus gehen. Schauen wir uns das Haus mal an. Okay, so sieht's aus. Noch nicht ganz so gut viel haben wir hier. Aber wir können mal in den Baumodus. Dazu gehen wir wieder raus. Und jetzt zum Baumodus. So. Jetzt können wir hier verschiedene Sachen anklicken. Bauen. Tür. Umriss. Ja. Okay, ich hab den. Ich hab das Tür. Nein. Jetzt hab ich das entfernt. Okay, dann machen wir halt den Garten ein bisschen dazu. Äh. Klicken wir mal auf den Baum hier. Bauen. Stufe 5. Oh Gott, oh Gott. Pilze. Bauen. Eingepackte Pflanze. Eingepackte Pflanze. Können wir nicht, ähm. Eine Gießkanne mit pflanzen. Ähm, ich schau noch mal. Stufe 5, eben, ist das erste. ja toll entfernen können wir auch betreten jetzt gehen wir nochmals in den Baum ja, es ist immer weg ok, scheiße, wir brauchen Geld wir gehen jetzt zur Bank tun die Bretter mal dort rein und holen uns eine Gießkanne dann schauen wir mal, ob wir so eine Blume, also so ein Gebüsch machen können sonst werden wir halt ja, irgendwie die Baukunst anders trainieren müssen oder zuerst Geld sammeln ja, ich denke wir müssen zuerst Geld sammeln aber es geht eigentlich relativ einfach mit Bergbau das brauchen wir sowieso am Anfang noch ein wenig deponieren deponieren, deponieren ähm, eine Gießkanne haben wir hier nicht dann werden wir uns eine holen oder eine uns kräften ich denke mal unten beim Landwirtschaftszeugs gibt es eine Gießkanne oder er verkauft eine Gießkanne sonst müssen wir irgendwas machen oder wir können hier zum Beispiel das Leder ah, die Kartoffeln sind fertig ernten nehmen wir doch die Kartoffeln mit Knollenernte haben wir oh, ganz viele Kartoffeln kann man auch Pommes daraus machen inspizieren ok ich möchte gern benutzen mit Kartoffelbarzelle nichts interessantes passiert ah, ich brauch den Stecher wahrscheinlich wieder verkaufen wir die Kartoffeln handeln handeln verkaufen verkaufen Kartoffeln geben 4 Euro pro Stück also 4 Goldmünzen pro Stück so hast du eine Gießkanne ja eine kaufen für 8 Dollar und ähm ja der Rest nehmen wir noch nicht jetzt gehen wir zurück ähm haben wir übrigens Landwirtschaft bekommen du hast seltsame Felsen Axt gegen Baum Holzfelderhaus ja Level 2 in Landwirtschaft gut ja was hab ich jetzt was gewählt Name eingeben ah ich hab Name des Freundes ok probieren wir mal ob wir so ein Teil bauen können jetzt muss ich noch was rauffüllen haha wo haben wir einen Brunnen wir müssen doch irgendwo hier ah ja genau ich weiß es noch da oben ist der Brunnen dann werden wir hier mal benutzen mit Brunnen fertig jetzt haben wir eine Gießkanne mit Wasser untersuchen die Gießkanne ist voll sehr schön jetzt gehen wir nämlich zurück haben wir noch genug Ausdauer ja 84% so und wieder ein kleiner Leck zum Baumodus jetzt bauen ich möchte gerne eine Pflanze du hast nicht die richtigen Materialien man braucht also ein Pflänzchen um oder war es einfach ein Pflänzchen wir brauchen eine Pflanze ja toll fängt ja gut an mit dem Baumodus wieso ist das so kompliziert ah ja hier will ich kurz das ist ja für Baukunst kann man hier handeln eine Hammer und eine Säge ich möchte aber eine eine Herausforderung einfache Holzstühle ja da müssen wir zuerst den Raum haben deshalb könnt nachfischen fischen dann würde noch noch recht viele das würde noch uns weiterbringen natürlich weil es natürlich was Nahrung gibt wir brauchen einen Skill mit Nahrung aber ob wir Kochkunst nehmen sollen oder hier fischen oder einfach beides ja wir nehmen beides wir werden jetzt mal schauen was wir hier bekommen sonst müssen wir einen Platz mit Angel suchen aber ich denke schon dass wir etwas anders bekommen als diese Krebse und Stufe 9 im Fischen das geht so schnell ich hoffe nicht allzu schnell ja da machen wir eigentlich nachher gleich Berserker da bekommen wir auch sehr viel Geld über durch die Schätze der Monster und Auftrag beenden bekommen wir sicher auch noch ein paar Sachen über sonst eben Bergbau ähm ja Runenfertigung wäre noch ein Ding wo man gut Geld verdient ähm Schmieden natürlich dann wenn man Bergbau gemacht hat und nach Runenfertigung auch Magie einsetzen natürlich und so weiter also ähm ich suche gerade den Koch ich brauche den Koch für Kochkunde Funken schlagen Tutor für Mystic Mystic schauen wir dann am Schluss an da ist der Koch da müssen wir runter schade gehen wir halt noch mal runter und wir brennen jetzt äh verbrennen nein äh kochen jetzt diese Krebse damit wir auch noch ein bisschen Kochkunst EP bekommen so jetzt gehen wir hier rein und hier sollten irgendwo Öfen sein genau kochen hier ist der Diebstahl Trainer auch ok gib mir bitte ein paar EP genau koch die ruhig nicht nicht andrennen lassen schön in Ruhe kochen nein nicht so nein nicht so gut so ja ich brauche doch Geld nein nicht zu viel ankochen lassen nein komm schon ja sehr gut nochmals ein Stufenaufstieg Level 6 haben wir sehr schön ja gut sehr schön gut nur viel angekocht jetzt können wir Ofenkartoffeln machen ähm jetzt schauen wir mal nein nicht das hier Fertigkeiten an kochen ansehen ähm Ofenkartoffeln können wir jetzt machen Fruchtpunsch Krabben Kies Gieselkartoffeln in Dämonenheim also die kann man nur in Dämonenheim für ähm die Kerkerkunde wo ist die Kerkerkunde ja die müsste irgendwo hier sein da oben da müssen wir ja schon Level 17 sein mal schauen dass wir ob wir das bald machen oder ob wir zuerst Besserkerkunde mal richtig hoch leveln damit wir dort schon einen Vorsprung haben ähm ja jetzt habe ich ja die Ofenkartoffeln verkauft also das merken wir uns wir können als Kartoffeln und Krebse etwas zusammen kochen ah ja die Sachen verkaufen ich werde hier die noch austauschen so dann haben wir Krebse und nicht nur Garnellen zum Essen auch wenn wahrscheinlich Krebse nicht so gut schmecken wie Karnellen also Karnellen die kenne ich also Schrimps eher gesagt die schmecken noch relativ gut aber ob Krebse gut schmecken ich habe noch nie Krebse gehabt ich bin allgemein nicht so ein Meeresfrüchte Esser oh Schokolade ich brauche eine Schokolade wir verkaufen jetzt die Flusskrebs ja toll jetzt habe ich schon zu viel verkauft nein nicht fallen lassen ich will die verkaufen ich möchte jetzt handen ich möchte sie verkaufen eine lassen wir eine hier und jetzt muss ich die noch verkaufen ach Gott einen Fluss nein eine Garnele verkaufen so gut dann haben wir schon 76 wow haben wir sehr viel jetzt gehen wir nach zum Berserker hau ab du Trottel wieso habe ich ihn beklaut dann werde ich ihn halt nochmals beklauen sehr schön ah so kann man eigentlich auch viel Geld verdienen plus 3 wir bekommen nicht mehr plus 3 und plus 8 EP oh der hat eine schöne schöne Kleidung schöne Rüstung ähm der ist jetzt weg leider der ist schneller als wir ähm ich möchte nebenbei noch beschwören skillen ein bisschen hochstufen da wir dann Beschwörungen bekommen die uns EP geben oder andere Bonus geben wie zum Beispiel der Jagd dass wir mehr tragen können und so und so weiter Herausforderung holen ich möchte gerne ich möchte gerne also da müssen wir Gewandtheit nicht mehr trainieren ich habe ihn abgebrochen ähm ich möchte ihn aktivieren hallo LP Trager wie kann ich ihnen helfen wie mache ich mich bisher sie haben momentan die Aufgabe Wölfe zu töten sie brauchen nur noch 24 mehr das ist alles danke Aufgabe holen ok dann hätten wir halt die Wölfe einfach ganz normale Wölfe aber wo ich werde jetzt hier mal die Dinge setzen so kann ich sie fragen ob sie mir einen Weg zeigen können zu den Wölfen dann gehen wir mal nach ähm Lumbridge das sollte dort ein paar Wölfe herum laufen ich denke gerade wo könnten Wölfe sein oder sind die eher irgendwo ich weiß eben nicht ob diese Wölfe hier gehen ich möchte aber leichtere Wölfe haben ich bin am überlegen wo gibt es Wölfchen kennen mich leider nicht mehr so aus ich denke die sind schon gemeint oder ich werde jetzt einfach mal besiegen vielleicht ich möchte aber dass sie hier setzen ich muss mich setzen ich möchte gerne dass sie mir zeigen Töte Berserker Monst aber wohin ich finde keine Wölfe oder muss ich nur Wölfe töten ohne Handschuhe Devil Angel heißt er Xvestix okay also hier ist ein junger weißer Wolf angreifen ich denke das ist doch nicht das ist doch nicht nur ein normaler Wolf doch es gehört zu weißer Wolf okay gut gilt ein Siegel Wolfsknochen und ein Stück Fleisch dann nehmen wir die da ich möchte aber Luft Hip benutzen kann ich jetzt die nicht benutzen oder ist das der Luft Typ ähm nehmen nehmen nächster Wolf was bedeutet dieses Schloss ich möchte den lösen Kampf ist einen Nadelbaum kleiner Oberisk da unten ist auch eine eine mit einem Auftrag wahrscheinlich so wir haben wahrscheinlich jetzt drei getötet von sieben suchen wir noch ein paar mehr zum Beispiel den hier das gerade bei uns auf der Ebene hier ist einer der heisst Kapitän Blattmatch da müssen wir wahrscheinlich irgendwie nach unten gehen wir lieber nach oben so Berserker Epik bekommen wir auch sehr schön und Magie ist auf Stufe sieben Saphir verzaubern Saphir Saphir bogen oder so wie das hier sind ein paar was ist das Eiskrieger da können wir noch nicht durch hier unten ist ein Grim Nash was ist denn ich hoffe der greift uns nicht an so jetzt schauen wir nochmal wie viel brauchen wir jetzt noch zwei okay machen wir die zwei noch auch noch vier gut und ein Stufenaufstieg in Berserker jetzt haben wir Stufe zwei und wir bekommen nichts ich will doch irgendwas haben ich hoffe das Kamsis dem wird später auch noch wieder ein bisschen besser vor allem hier in Magie durch die Fähigkeiten aussuchen und so aber eben wir müssen uns immer wieder umscalen ja so wir haben scheinbar alle ja so ähm kurz die Knochen begraben hier haben wir Stufe vier Gebetspunkte Kraftschub sehr schön so da können wir nachher gleich nochmals kurz kochen das Wolffleisch jetzt können wir hier einen neuen Auftrag annehmen Aufgabe holen ich muss noch mehr Wölfe töten ok ähm ja das nächste Mal töten wir nochmals ein paar Wölfe aber mit dem Bogen und ja ich muss noch kurz schauen die Fähigkeiten ähm gibt es irgendwo eine Zusammenfassung ja Bogen ist sieben Magie ist sieben Schwert als Angriff ist neun dann dann werde ich ähm ja am Anfang noch Magie verwenden und danach bauen und ja dann gibt es nächstes Mal eine Kampffolge und Berserker Folge und ja wir werden immer wieder zwischendurch natürlich ein paar Aufträge Quests machen aber ja am Anfang jetzt zuerst mal Berserker ein bisschen Leveln und ja sagen wir in der übernächsten Folge kommt dann ähm Ding dran eine neue einen neuen Auftrag also eine neue Quest eher gesagt eine Szene aus rohem Ding okay das ist teuer also gibt mehr Geld dann machen wir gekochtes Fleisch Schön alles ist gut nein es ist jetzt verbrannt aber sehr schön wir werden immer wieder ein besserer Koch so Hasen Sandwich können wir noch machen Handeln ich möchte gerne dass sie diese Sachen verkaufen ein Flusskrebs eine Garnele eine zwei drei so und noch das gekochte äh verkochte Fleisch verbranntes Fleisch eher gesagt und wir haben 128 Geld also bald haben wir tausend okay die grünen Siegel brauchen wir ja für Beschwörung und das Blatt werde ich mir mal anschauen das nächste Mal okay Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Bye Bye